Mir ist bewusst, wie schwer die Einschränkungen uns alle, individuell aber auch als Gesellschaft, belasten. Diese Pandemie ist eine demokratische Zumutung, denn sie schränkt genau das ein, was unsere existenziellen Rechte und Bedürfnisse sind. Ich sage Ihnen deshalb ganz offen, ich trage die Beschlüsse, die Bund und Länder am Mittwoch letzter Woche getroffen haben, aus voller Überzeugung mit. Doch ihre Umsetzung seither bereitet mir Sorgen. Sie wirkt auf mich in Teilen sehr forsch, um nicht zu sagen zu forsch.